Hallo und herzlich willkommen bei, ja bei Humanfallflat aus irgendeinem Grund. Ich weiß gar nicht warum wir das eigentlich spielen. Warum, warum spielen wir eigentlich heute Humanfallflat? Weiß es jemand? Also erstens, wir haben das Level noch nicht fertig geschafft und es gibt wohl irgendwie eine neue Map, glaube ich. Ja, okay. Mann, was machst du da? Was machst du da? Hä? Mein Po. Hä? Oh, ich bin hingefallen. Ich bin neunzig informiert, ich bin wirklich sehr, sehr schön. Ja, komm mit, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Na, 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 na. Oh, wir machen die Hebel so gut. Oh, wie schön! Warum machen die das? Warte, ich komme. Warte, ich komme. Warte, ich komme. Warte, wie schön. Happy Night in my Dreams. Alter, hä? Wah, dumm. Also romantisch sieht es aber echt nicht aus. Doch, das ist voll gemütlich. Das war ja auch das letzte Level, ne? Wo wir nicht weiter stehen können. Jetzt komm mit. Hier auf die Tanzfläche. Wuuuuh. So, jetzt tanz mit mir. Ja. So. Wie kann man die Arme nochmal hochheben? Weiß das jemand? Äh, du musst, äh, nach, mit dem rechtsten Stink nach oben. Ich spiel mit Tastatur. Äh. Ach ja, das weiß ich. Ja, du musst einfach nach oben gucken und dann die Arme heben. Das weiß ich nicht. Ah! Ja! Äh, wieder in my dreams. Achso. Ja! Tobi, fang mich. Warte, Tobi. Fang mich. Warte mal kurz. Ich hätte da vielleicht ein Gamepad anschließen sollen, ne? Oh, mir ist so warm gerade. Entschuldigung, wenn ich grad hart schwitze in der Kamera. Achso, ja. Warte kurz, Tobi. Fängst du mich auf? Vielleicht, ja. Ah! Ah! Du bist fett geworden. Du bist richtig fett geworden. Ah! Oh, Alter. Oh! Oh, Rückgrat gebrochen. Oh! Warte, warte, Tobi. Warte, warte. Einmal noch. Na, steh auf. Ja. Ey, was ist denn mit dem Block? Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Oh, Mann. Was haben wir denn noch? Warte, lass das von da vorne machen. Das ist, glaub ich, besser. Na, das hier ist springen. Ich steh einmal auf dich springen. Oh, Entschuldigung. Ist hier irgendwas? Warte, ich schließ mal den Gamepad an. Warte mal. Ja, Erik. Da sind wir mit Erik von hinten. Hier von vorne. Beides wunderschön. Warte kurz, Tobi. Ich komm noch mal. Ist das furchtbar. Hä? So eine Barthaare sind seine Brusthaare. So. Okay, Tobi. Bist du bereit? Ja. Okay, Tobi. Komm noch mal mit dir. Und. Ja. Geht es? Ja. 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 Wie schön, Mann. Alter. Du gibst einfach mit deinem Arsch die ganze Zeit den Kopfnuss ins. Warte, warte. Hallo. Geht das? Hallo. Ja. Okay, das geht. Warte. Ich muss ganz kurz üben. Tobi, komm mal her. Ey, Bro, Physik. Ey, ey, was, was. Warte, warte. Komm mal her. Muss mal ganz kurz. Oh, guck mal wie toll das aussieht. Der Tobi ist so willenlos. Ja, so kenn ich ihn. Ey, das ist einfach, wir müssen hier gehen. Komm, Tobi, ab in den Tod. Ja. Ja. Tobi. Aua. 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 Ja, das war sehr nett. So, okay. Geht halt funktioniert. Sehr gut. Ja. Aua. Da freu ich mich und nicke erst mal. Ja, nice. Nein. Nein, oi, oi. Ui, 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 ui. Okay, Frage, weiß noch jemand was über den Level hier nehmen, ne? Ui, 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 ui. Ne, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ne, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, ich weiß es ja mit der Schiffschaucke, das war der letzte Level, den wir mal irgendwann vor 1000 Jahren gespielt haben. Aber, aber, aber. Da hinten, da ganz weit hinten, da sind wir dann stehen geblieben. Da sind wir nicht mehr weitergekommen. ist jetzt erstmal hier rüber achte scheiße da war da war es doch richtig gut in der abkürzung da waren wir richtig gut im spiel wir müssen das lange ding nehmen und dann hier rüber doch hier dass den stock mussten wir da unten in den domino reinstecken und den umkippen ach was für ein domino ich müsste abkürzung wir können bestimmt daran springen das geht auch wirklich ich habe ich glaube das reicht nicht vom platz aber da war da war ich probier es mal ich weiß gar nicht mehr wie man klettert hat funktioniert ich habe ein werkzeug ich komme mit dem zweiten das funktioniert auf keinen fall ach funktioniert hier alles das humanvoll fleck das ist ein bisschen mit zu viel schwung leute wartet ich habe auch ein stab kann man hier nicht hochklettern also kommt man solchen wenn ihr nicht hochklettern ging das offenbar nicht so jetzt muss eine die andere seite ja werfen wir irgendwie nach hinten wo seid ihr denn wir sind wieder hier vorne was macht ihr da gerade und jetzt wir bauen jetzt eine tolle brücke aber ich wollte die eigentlich hier hin bauen hier so drunter oder ging es hier vielleicht so weiter gehen wir hätten vielleicht die andere die alte folge gucken sollen aber das ist ja auch langweilig dann wer kann man nicht auf die idee dass wir spielen werden uns hier angestiftet ich habe keine ahnung alles klar alles klar alles klar ich glaube dass wir hier haben so ganz kurz die aufnahme von mir hast du die humanvollfleet runtergekommen ja wir müssen auf jeden fall diesen stein hier umkippen so war das alles alle wollen wir humanvolle spielen okay ich bin eine richtige lady ich bin aber echt okay curry das machst du sehr gut ja warte kurz so das sieht top aus ich muss eben kurz die formel berechnen ja warte 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 kann ich kann ich jetzt hier ja heb mal an ja das klappt das klappt ja geil aber wir haben noch gar nicht aua kann ich da hochklar dann hör ich mir mal hoch danke 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 kante jetzt weiß ich dass wir jetzt noch gar nicht wofür wir es brauchen da kann man jemanden noch mal so ein stab wir haben noch gar nicht unseren habe jetzt gut gemacht hier den wir immer anfang gemacht haben diese fusion oder was auch immer das war So, Habi ist Kuuu! Habi ist Kuuu! Habi ist Kuuu! Wuuu! 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 Du bist wirklich ein Überraschungsei! Ey, du bist wirklich ein Überraschungsei! Ja, jetzt hol ich den komisch lange Stab. Guck mal den Stab und steck dir mal ins Loch rein, bitte! Ja, immer bitte! Jetzt steck der Tobi den Stab rein, ey, okay, komm mit jetzt! Lass doch Tobi mal einmal seinen Stab reinstecken! Wir haben mehrere Stäbe, also wir haben mehrere Löcher und mehrere Stäbe, das ist kein Problem! Quetsch dich, quetsch dich da durch, durch das Loch! In Spielen mit der Rechtsbeteiligung baue ich nichts mehr, das wisst ihr doch! Boah! Oh, rein da! Hä, Tobi, du hast gestern bei Forrest, hast du wieder was gebaut! Hier! Au! Scheiße, Entschuldigung! Ich kann gar nicht sagen, wie erbostlich war! So, jetzt steck mal rein! Kann man nicht hier durchschwingen, ey? Das wär voll geil! Warte? Warte, ich probier's mal! Warte mal, kann ich doch locker hier vorbeischwingen, oder? Ja, ja! Super! Juhu! So! Und jetzt? Ja! Hab ich zur Hälfte reingeschoben! Ja, das war ja super! Hallo! Hey Curry! Oh, hi! Ich glaub, das war okay! Wir müssen sich auf die Seite rütteln, oder? Warte, ich glaub, du musst den... Wir brauchen das... Die längere Seite! Der Eriko, Alter! Hä? Hä? Richtig angestrengt! So, jetzt! Jawoll! Ja! Ja, ja, ja! Ich verschwind! Wuuu! Warte, ich zieh die andere Seite! Warte, warte! Ich schieb ihn nochmal schnell rein! Oh, oh, Alter! Das ist echt... Das ist echt hart, mit ihm zu treffen! Ja, ja, ja! Ja, ja! Oh, Tobi, du bist voll stark! Oh, Tobi, du bist voll stark! Oh, jetzt... Jetzt führ wieder zu schnell! Gut gemacht, Erik! Das war voll der Hammer! Wuuu! Das war der Wahnsinn! So, das hab ich ja noch nie... Was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh, hier war irgendwas mit diesem Käfig! Ich geh mal kurz da rein, warte! Also, das ist heiß, Tobi, da sollten wir nicht rein! Ah! Okay, das ist ne Art Waage, aber wir kommen auf die andere Seite! Ähm... Vielleicht hier hoch? Ja... Ach ja, und dann oben lang, okay! Ich dachte, wenn ich raus soll, ne? Warte mal, wir können dann irgendwas hoch... Kann es sein, dass wir die Stange da hochheben müssen erstmal jetzt? Warte mal, man kann... Dass wir irgendwas... Man konnte auf jeden Fall hier hoch, glaube ich! Also, hier fehlt irgendwas! Erik ist so... Oh... Oh... Kommt da oben ne Stange hin? Also, hier ist halt einfach nur ne Wand, ich weiß nicht, ob ne Stange uns da weiterhilft... Also, wir müssen doch bestimmt irgendwas in diesem Käfig... Wir müssen doch bestimmt irgendwas in diesem Käfig hier anheben, um das rüber zu transportieren, oder? Also, hier können wir auf jeden Fall weiter, glaube ich! Auf jeden Fall weiter, glaube ich! Also, ich guck mal da, ne? Okay, das... das klingt ja schon mal... Wie versprechen! Hey! Geht ab! Oh, ich mach mal ein bisschen... Warte mal, ich mach mal ein bisschen hier... Hey, wie geht das hier weiter? Hä? So, geht das? Hä? Oh, ich werde hier ein Spiel missbraucht! Okay! Komm schon, jetzt! Geil, wo bist du? Ich bin hier hinten in deinem Baum, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man hier weiter kann jetzt! Oh, ich weiß gar nicht, wie man hier klettert! Einfach nach oben gucken mit der Kamera! Genau! So, okay! Warte mal, was hilfst du denn? Guck mal, jetzt geht der langsam hoch! Ach, guck mal, der geht runter, der muss nach vorne stehen! Oh, warte mal, warte mal, warte mal, da ist ein Würfel! Ah, okay! Da ist ein Würfel auf der Seite! Genau, warte mal, Tobi! Ich... ich kann nicht mehr klettern! Hier ist ein Würfel! Guck, äh, drück den hinteren, ne? Guckst du nach oben, dass du die Arme hoch machst, hier hin springen und drück den rechten Stick nach unten! Ich musste grad auf die ganze Zeit drücken! Ach, dein Würfel! Ja, was müssen wir machen? Ah, ah, alles klar! Aua! Ah, der muss jetzt! Okay, warte, warte! Der muss jetzt nach oben! Warte! Genau, das muss wieder runter! Ja, geh mal runter, geh mal runter auf den Würfel! Ja, 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 ja! Warte, warte, warte! So, und jetzt hoch! Frau Hasenberg, kommen Sie mal hier rein! Frau Hasenberg, kommen Sie mal hier rein! Warte, lass uns mal rausgehen, Tobi, sonst ist das, glaube ich, so schwer! Also, wir haben auf jeden Fall massiv zugenommen, das müsste reichen! Aber nur, weil der Würfel zu fett ist! Nicht wegen uns, gering! So, sag mal, wenn der Würfel draußen hat, ne? Oh Gott, Hilfe! Ah, ah! Alla, dieses, dieses Gesicht, dass hier im Close-up kommt, das ist fürchterlich! Tobi, kannst du den mal annehmen, Tobi? Von wem! Meins! Warte! Du bist echt hässlich! Aber in? Vor allem, siehst du dich ja die ganze Zeit! Das ist auf jeden Fall sehr cool! Ja, nice, Tobi, Alter! Okay, warte, ich geh eine Stufe höher! Oder du? Haben wir raus? Ja, der ist raus, der ist raus! Achso, okay, dann können wir ja... Aber merkst du das nicht, wenn wir den rausziehen, da? Ne, merkst du nicht! Hey, wir waren am Boden! So wie im richtigen Leben auch! Nein! Tobi, nein! Warte, warte! Tobi ist runtergefallen! Oh nein, Tobi! Ich bin nicht auf der anderen Seite wieder! Häääh! Das kann ich mal übernehmen! Jawohl! Perfekt! Kein Problem! So, habter, habter, habter! Habter ihn? Achso! Ah, nee! Warte! 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 Warte, ich geh noch richtig! Entschuldigung! Hast du? Ich weiß nicht, hab ich die... Nee... Nee, nee, hast du nicht! Warte, warte! Wo kommt der hin? Ich will ja nicht im Weg stehen! Ich glaub hier, oder? Achso! Aber geht's denn da oben? Oh Gott, waaah! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein Nein! Warte, warte. Ich glaub einer muss ihn festhalten. Oder, warte, du kannst auch da hoch klettern. Der Tobi müsste jetzt aber drauf können. Von seiner Seite aus, Fett. Aber, ist das hier richtig? Aber und jetzt? Ist das auch richtig? Jetzt kann ich hier drauf laufen, toll. Ist das richtig überhaupt? Ich guck mal gerade, ich versuch mal... Ähm, Freunde, ich glaub wir müssen da hinten lang, ne? Da, da so. Alter, ich kann's aber hier kaputt machen. Hä? Was kannst du kaputt machen? Hier, guck mal. Mein Leben! Wir können hier abkürzen. Oh, abkürzen hört sich immer gut an. Scheiße. Ach, 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 ach! Okay, Tobi, drauf da, drauf, ich halt fest. Warte, warte, ich zieh euch mit hoch. Kriegst du's hin, Tobi, dann nice. Ja, warte, Entschuldigung. Okay, aber... Moment. Willst du das Gesicht so ausdrücken, sieht das so bescheuert aus? Sehr gut. Ah, danke. Okay, jetzt muss der Ehring nur noch irgendwie auf die Würfel kommen. Du schaffst es! Du schaffst es! Ja, ich häng die an der Wand erst mal fest. Das Gesicht! Das Gesicht! Es ist überall! Guck mal, wie die Augen da oben verlaufen. Huch! Hä, wieso ist denn auch der Name? Entschuldigung, Tobi! So, und jetzt... Kein Problem, Park, kein Problem. Ja, Ehring! Ja! Jawohl, wunderbar! Cool! So, und jetzt können wir, glaube ich, hier weiter. Ja? Ich weiß noch nicht, wo es hier lang geht, also... Ich glaube, wir können schon hier abkürzen. Hä? Ja, wir können hier mega abkürzen. Guck mal, jetzt sind wir schon bei der Wippe da vorne. Ja, nice! Wir können hier runter, Leute. Wuhuu! Ja, was soll's, ich schlaufe dem Currywann hinterher. Wuhuu! Guck mal, wir haben die komplette, die komplette eigene Strecke abgekürzt gerade. Ja, super! Abkürzen wird immer voll gut. Okay, cool! Das haben wir uns verdiebt. Komme! Wuhuu! So, und jetzt? Wuhuu! Tobi, das hast du super gemacht! Das hast du super gemacht! Geiler Tobi! Mit dem Kopf gegen die Wande. Geiler Tobi! So, warte mal, ich glaube, müssen wir den jetzt hier rüberlegen irgendwie, dass der dann... Oh, oh Gott, ernsthaft? Oh, okay. Aber sind wir dann nicht wieder da, wo... Ach, nee! Da links waren wir und wir müssen dann da rüber, okay? Okay, einer muss die andere Seite, glaube ich, nehmen. Die Frage ist, müssen wir jetzt hier lang? Müssen wir hier lang oder müssen wir eher da lang? Ich weiß nicht, ob das von der Breite her reicht. Oh Gott, vorsichtig, vorsichtig! Ja, ja! Wie kriegen wir... Warte mal, wie sollen wir den da rüberkriegen jetzt? Warte ich mal... Kann man jemanden irgendwie sich da drunter stellen? Tobi, was machst du da? Das mit dem Anheben wird nicht reichen. Ne, versuchen wir hier drüber. Versuch trotzdem mal. Nach oben. Du kannst ja die Arme so nach oben machen. Ja, aber dann klebt das an den Armen. Ja, aber trotzdem kann man das ja jemand rüberspringen. Warte mal, vielleicht riech ich den ganz vorne hin, dann können wir da rüberspringen. Oh Gott, warte, 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 warte! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein, das ist ganz falsch! Das ist ganz falsch! Das ist ganz falsch! Kann man irgendwie jemanden... Ja, aber ja, warte, ich helfe dir. Ich helfe dir, warte, oh! Erik, ganze Flasche mal! Soll ich ziehen? Oh Gott, ah! Ähm! Kannst du vielleicht mal mit helfen? Was machst du denn da? Hä? Was machst du mit der Arsch in meinem Gesicht? Hör auf! Halt ich dich fest in deinem Boden? Warte mal. Hör auf! Ja, hey! Ah, Curry hängt dir noch dran! Tobi, kannst du heute Erik ziehen? Ja, der Curry hängt da dran! Ich glaube, ihr müsst loslassen, Leute! Ich glaube, das hat keinen Sinn! Nein, der Tobi kommt das doch jetzt schaffen! Nice! Hör auf! Danke Tobi! Das war richtig nice gemacht! Warte mal, was ist denn mit den Würfeln da oben? Ja sag ich doch mal, da will ich doch nicht mehr zerleben. Achso, da hab ich dir nicht zugehört. Dann hab ich ne Idee. Hey Tomi, ah! Ich geh da hoch! Ich geh da hoch! Du Arschloch, komm her! Nein! Ich geh da hoch! Ich geh da hoch! Ich sollte mir keine Verantwortung geben. Ich geh da hoch! Ich geh da hoch! Ich geh da hoch! Ich geh da hoch! Kannst du kurz korrigieren? Nein! Was machst du denn? Ich wollte dir eine Lücke schieben, damit wir einen Würfel... Aber jetzt ist es auch egal. In die Lücke? Was sollen wir denn mit den Würfeln jetzt machen? Gerade wahrscheinlich, oder? Also hier ist die Lücke glaube ich zu breit. Ich glaub das schaffen wir nicht. Vielleicht müssen wir diesen Würfel nehmen. Ja. Wenn du den jetzt einfach da runter wirst Tobi, ne? Curry, bitte. Wie eraschig hältst du mich bitte? Der Würfel... So und jetzt da oben, hier diese Brücke quasi. Ja ne, das sieht aus, als würden die hier da reinpassen. Oh stimmt, du hast recht Tobi! Das muss bestimmt hier drüber, oder? Warte mal, müssen wir da drüber springen? Wir müssen bestimmt da drüber springen. Ja. Da müsste dieser Stab hier als Brücke, oder was? Ja, bestimmt. Warte mal, vielleicht kannst du den ja annehmen. Ich wollte den ja als Brücke noch da vorne machen, oder? Aber ich glaube das schaffen wir nicht. Tobi, kannst du den annehmen? Wir können das ja mal so probieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Kann man nicht... Geht das? Warte Tobi. Ich hole mal das Ding da oben. Warte Tobi. Geht nicht, ne? Habe ich's ne, ne? Ne. Warte, wie kriegt man den Stab denn da rüber? Hä, das war denn mal... Wie haben wir das denn mal gemacht? Das kann doch nicht so... So schwer war das doch gar nicht. Ach ja, gut. Ja ne, das sieht irgendwie realistischer aus, was die Paner gerade macht. Wenn wir damit nämlich auf den anderen Block springen. Okay. Oh ja, stimmt. Weil wir bauen jetzt so Treppe. Äh, ja genau, das hatte ich auch vor. Oder was weißt du? Der hat meinen Plan durchschaut. So, jetzt können wir auf der einen Seite den Block machen. Leg den mal da hin, das reicht glaube ich schon. Leg den mal da hin. So wie der Erik, das meinte ich auch so, weil... Die passen halt... Also die sehen aus, dass wir in die Reihen passen, aber tun sie nicht, ne? Ich glaube das ist einfach... Leg den mal einfach da vor. Ich würde den gerne hochkant stellen halt, ne? Weil so müsste es eigentlich schon reichen, wenn du den einfach so quer vorlegst. Dann können wir den Würfel auf diesen drauflegen, dann können wir den schon als kleine Treppe benutzen. Warte, warte. Und hochkant. Wuuuuh. Jawoll. Ey, Erik Range. Superstar. Jetzt müssen wir den nur noch da hin stellen. Genau. Guy Curry. Nice. Oh, oh. Entschuldigung. Warte kurz. Äh. Scheiße, Mann. Warte, warte. Aber es reicht doch eigentlich, wenn wir auf der einen Seite den Würfel einfach nur drauf tun, oder? Von diesem... Block. Das müsste von der Höhe her glaube ich genauso sein. Ja. Ich bleibe jetzt hier mal so stehen, ne? Das ist gut, Erik. Warte mal. Ah, klar. Nice, Tobi. Das klappt, warte. Aua, ein Futter! Warte, das ist gut. Warte, guck mal, genau. Warte mal, warte mal. Warte mal. Geh mal runter, Tobi. Warte, jetzt tun wir den Würfel quasi da drauf. Ja. Ja. Und... Nein, 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 nein! Hab's korrigiert. Er hält's mit seinem Bauch! Nein. Ja doch, so ist richtig. Ähm. Ich tu die mal woanders hin. Ach, nö! Ja, nice, Kelly, nice! Ja, nice, Kelly, nice! Ach, nö! Das find's doch nicht! Aber das passt von der Höhe, das reicht, wenn wir die draufstellen. Wie wär's, wenn wir die hier hinziehen, und dann tun wir die Box dahin, wo die vielleicht nicht wegfällt, so gegen... Ja, du hast recht, du hast recht. So. Und dann, äh, da blau. Und dann schmeckt Panda schon mal hin. Ja! Ich schieb den mal mit ihm. Mit ihrem zärtlichen Gesicht und schieb den mal mit ihm. Und schieb den mal mit ihm. Und schieb den mal mit ihm. Ey, kann ich den nach hier! Vorher ist Timmy-Gesicht. So. Ich will nur noch die Zuckung. Jawoll! Und jetzt drauf! Jetzt noch rum. Hopp an! Ja, Moment, Moment! Du schaffst es! Der Arsch will die ganze Zeit mal greifen. Jawoll! Ja, nice! Geil! Ich halte hier fest, ich halte fest. Ah cool. Zieh mal weg. So. Das Gesicht, Alter. Das geht aber nicht. Juhu! Tobi! Ich halte das Ding nur. Die Frage ist aber, können wir da wirklich rüberspringen? Das sieht man nämlich nicht nach. Ich glaube schon. Oh Gott, Pan, oh Gott. Nein. Warte mal, wir müssen da rüberkommen. Aber das jetzt mit dem Ding hier, das kann er nicht einfach... Doch, doch. Curry ist drüben, Curry ist drüben. Okay, es reicht, es reicht. Ihr könnt schon neu spawnen, dann seid ihr schon bei mir. Toll. Oh, Erik, genau. Ja, Erik! Ja, ja, ja! 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 Unhaltbar! Aua! Nur die BVB! Was? Pan ist weg, tschüss! Hä? Ja, nehm das mal! Das müssen wir doch auch noch irgendwie... Ja, ja, wir nehmen das! Ich hab's! Alles gut! Alles gut! Oh, guck mal, das kommt auch wieder... Tobi! Ja, Tobi! Tobi, let's go! Komm her! Ciao! Ja, nice! Nice! Jawoll! Und jetzt nur noch Pan! Boah, ist ein Geflickel, ey! Das ist echt nicht mehr normal! Das ist voll geil, wenn sowas funktioniert, ne? Oh, scheiße! Weil wir wissen ja nicht mal, was da in diesem fetten Tempel überhaupt passiert, ey! Oh, der Würfel ist wieder runtergefahren! Stamm! Stamm! Ja! Was? Was ist da wieder los? Hä? Ähm... Aber der Tobi respawnt hier! Ja, also Hasu kannst ja einfach... Stürzt sich von der Klippe! Dann spawnst du hier! Aber ich will's doch selber schaffen! Ach so, na gut! Ja, ich dachte nur, geht schneller! Japan! Aber du bist jetzt alleine da mit dem Würfel, ne? Japan! Hasu, ich muss das lernen! Warte, wir können doch bestimmt hier auch wieder rüberjummen! Warte mal! Nein, nein, lass! Nein, nein, nein! Ich mach das alleine! Alles gut! Ich schaff das! Tobi! Warte, ich höre, ey! Danke, Tobi! Hä? Nein! Nein, nicht! Das ist so gut, Tobi! Ne, ich will nur den Block festhalten! Ich schaffe es! Ich... Au, meine Hand! Au! Hä, wir sehen aus wie unsere Starbound-Charaktere, finde ich! Ja, stimmt! Ich halte nur den Block fest, damit er nicht wegrollt! Ach! Entschuldigung! Wir benehmen uns auch genauso! So, jetzt! Ne, warte! Dann kommst du ja gleich nicht rüber! Doch, doch, doch! Warte, wir machen das mit Ruhe! Okay, warte, lass mal runter! Tobi, lass mal runter! Warte, warte! Aua, meine Hand! Warte, warte, Pan! So! So! Jetzt müssen wir noch theoretisch nur... Aua! Warte, warte! Okay! Jetzt! Jawohl! Und jetzt hoch! Ja! Okay! Das müssen wir zu viert schaffen, glaube ich, ne? Weil einer muss das jetzt rüberbringen, wenn du jetzt da oben hochgehst, dann... Mann! Der Arsch ist zu fett! Ja! Jetzt! Okay, jetzt einfach anlaufen und dann schwingen! Oh! Schade! Ja, genau! Im letzten Moment! Physik ist mein Weg! Ja, wir brauchen die... Das müssen wir jetzt da rüber können! Okay, dann müssen wir aber einzeln da rüber, oder? Jetzt zieh ich die Ohren lang! Jetzt zieh ich die Ohren lang! Jetzt müssen die anderen, glaube ich, einzeln rüber, ne? Okay, Tobi, geh mal rein! Einzeln! Einzeln! Warte, geht das? Jo! Boah! Boah! Tobi, was ist mit dir? Ja! Was war das denn? Ach, das war die... Was hast du denn gemacht? Ich würde mich auch machen! Ey, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich war zu fett! Ich glaube, das war's einfach! Jetzt können wir doch hier rüber... Ach nee, wir müssen... Was machen wir denn jetzt? Wir müssen das da hochkriegen! Ich glaube, das muss hier drüben hin, kann das sein? Wie soll das denn gehen? Nein! Ich hab absolut keine Ahnung! Au! Vielleicht muss man das da drauflegen, nach vorne schieben, einer muss rüberjumpen... Ja, ja, genau! Ach, das ist sau schwer! Das kriegen wir hin, Mann, wir sind... Kann man vielleicht abkürzend hier rüber gehen? Bei Abkürzungen sind voll geil, ey! Kann man da abkürzen? Wie willst du das hochhaben? Warte, 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 warte! So, 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 so! Ich leg das jetzt da drauf! Ja! Warte, 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 warte! Du musst doch von der anderen Seite eben schieben! Äh, T, meine ich! Das ist wie wenn du so einen Kühlschrank die Treppe hochträgst ins Treppenhaus! Warte! So! So, jetzt um die Ecke warte, ich geh erstmal ruhig! Jetzt langsam vor! Ja, einer muss noch hier hinten mitschieben! Sonst schiebe ich falsch! Okay, warte, 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 warte! Und einer muss dann gleich rüberjumpen, ne? Achso! Okay, langsam vor! Warte, 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 ein bisschen nach rechts! Oh Gott! Ein bisschen nach rechts, nach rechts, nach rechts! Nein, 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 nein! Okay, warte, warte, warte! Jawoll! So, ein bisschen nach vorne! Oha! Warte! Komm mal, einer da rüber springen? Geht das schon? Nee, nee, geht noch nicht! Das Ding würde ja nach unten gehen! Das geht alles! Vorsicht! Hase, nein, nein, nein! Auf keinen Fall jetzt! Auf keinen Fall jetzt! Warte mal! Jetzt vielleicht, wir halten es fest! Versuch mal! Ja! Okay, ja, probier mal! Aber das wird nicht funktionieren! Da wird jemand ganz nach unten klatschen, glaub ich, oder? Nee, nee! Also wir halten es fest! Renn rüberfahren! Jawoll! Ja! Ja! Geil! 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 Oh, sorry! Warte, Tobi! Warte! Tschüss! Wuuuuuuuuu! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Moin, Freunde! Ganz nöt! Zokolade! Zokolade! Zoskade! Oh Gott! Boa nice! Jetzt sind wir jetzt! So! Ich weiß noch, für diesen ganzen Parcours bis hierhin haben wir letztens fast eine Stunde gebraucht! und hier und hier mussten wir das letzte mal aufhören hier mussten wir das letzte mal aufhören ja mal nicht bei der schiffschaukel umgang diesmal ja mann geil was was auf die platz ja 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 noch ein bisschen ja super was müssen wir denn machen überhaupt das heißt einer muss noch mal allein auf die plattform ja ich wollte eigentlich die kiste da holen genau einer muss noch mal allein auf die plattform ist da vorne hochklettern hatte einer einer geht einer geht auf die plattform ist gleich eine einer bleibt hinten und dann ich wollte mich jetzt hier runterspringen da wer die plattform habe ich hochgegangen vor allem das problem ist sie jetzt nicht mehr weiter die dreht sich nicht mehr ja ja das ist immer ganz oft springen hintereinander das hat mich grad voll gut funktioniert ok lasst mich das nicht mal was denn das nicht mal was probieren ich nicht so die geht hier gar nicht mehr ok das geht nicht scheiße ich schaffe es ich schaffe es aber was müssen wir denn machen jetzt also ich verstehe das eben nicht mal geld an den kannst du dir nicht angeben was ich machen ich das schon hin warte wir müssen die stange wieder nach unten kriegen eigentlich die müssen ja die müssen ja ob ich da liegen ja genau da muss jemand drauf auf die plattform kannst du ihnen unsere richtung noch mal bringen die die plattform nene warte mal eben was ja das rätsel kaputt gemacht haben nein aber das müssen wir jetzt müssen ja bedacht haben das eigentlich kann man jemand den klotz unter mich stellen wir den da hinten schaffst du es aber ich komme auf die plattform vielleicht oder ja schwingen wir schwingen wir ich kann ich kann das hier aber mach ich kein platz von minimal runter machen jawohl dass wir die andere richtung das ring an richtung aber ein bisschen mit 10 die ziehen mit der musik ist das ja mega geil gerade ja ich wollte deine kiste hin stellen und dann rüber springen. Nein, 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 nimm die, nimm die. Dann nimm die Kiste runter. Oh, ah. Okay, alles gut. Okay, hast du's? Hast du's? Aua, aua, aua. Ja, ich hab's. Man kommt, ah. Okay. Könnt ihr auf die Plattform von da aus? Äh, ein bisschen, glaube ich, ruhig laufen. Okay, dann warten wir noch ein bisschen höher. Aber es darf noch nur einer auf die Plattform. Ihr seid zusammen, das ist zu schwer. Achso, willst du, Tobi? Nee, mach du ruhig. Mach du ruhig. Alles gut. Okay. Dann hol ich die Kiste immer wieder weg, weil das ist mir zu gefährlich. Okay. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin ready. Ah, Mist. Ja, na wohl. Nice, sehr gut. Sehr gut. Wuh, wuh. HW ist cool. Wuh, wuh. HW ist cool. Und jetzt? Vater, Karl und Klößchen. Und Gabi, die Pfote. Müssen wir hier einen Tower bauen vielleicht? Das wird, nee, warte mal, hä? Was machen wir damit jetzt? Es geht ja, da knopfen. Warte mal. Es sieht so aus, als müsste man auf das Ding hier drauf, ne, irgendwie, aber das ist zu hoch. Es sieht so aus, als ob man da easy rüber springen könnte. Oh ja, stimmt. Ja, das sieht echt so aus, Alter. Oh nein, jetzt haben wir nicht. Die ist so, Moment, halt mal, ey. Es hat nicht funktioniert. Okay, das klappt wirklich nicht. Okay, lass uns mal was ausprobieren, ja? Warte mal. Wir haben jetzt das Ding hier, wir können die Plattform ja immer noch benutzen. Kann man mit der Plattform jemanden auf dieses Ding hier hinten heben? Nee, das klappt nicht, oder? Das wäre halt, nee, das geht nicht, weil wir halt hier dieses Ding haben. Ja, aber wenn man da, ach nee, das ist der Baum. Oh, ihr cleveren Bastard. Diese Schweine, ey. Warte mal, von der anderen Seite vielleicht, wenn wir das einmal komplett rumdrehen, dann sind wir, dann haben wir den Baum ja hinter uns quasi, weißt du? Okay, das war nicht so schlau. Warte mal, Erik. Warte mal, ich hab die Idee. Nee, nee, lass mal los, Flappaden. Lass mal los. Hab ich, hab ich. Gehen wir das mal in die Richtung. Hä, ist du hoch, gehst du da doch nicht, oder meinst du? Nein, lass mal los, lass mal los. Ja, ja, ich lass los. Ich war nur im Weg. Da müssten erst mal zwei auf die Plattform. Ach, da steht ja auch ein Baum, was für Arschlöcher. Hä? Wo steht ein Baum? Ach, da. Ich hab ne Idee. Ah, nee, geht nicht. Scheiße, weil ich bin ja so schwer. Weil, wenn ich mich so dranhänge, ich war ja gerade oben auf dem Ding da drauf. Ich hab's irgendwie geschafft, auf dieses Teil zu kommen. Ich würde es vielleicht auch irgendwie schaffen, auf die Brücke zu kommen mit dem richtigen Schwung. Dann müssten zwei Leute auf die Plattform wie vorhin, Tobi und Curry. Ja, ja, ja. Am besten drei. Am besten drei. Ja? So viel wie möglich, ja. Okay. Seid ihr? Alle drei? Ja. Warte, Tobi noch, Tobi noch. Ich halte mich noch ein bisschen fest. Jetzt seid ihr, ne? Ich halte mich auch mal hier fest. Okay. Sehr gut. Das dauert ein bisschen. Ah, warte, das sieht ganz gut aus. Ja, Moment. Schäde mal, wir bewegen uns vor. Wir müssen hüpfen, wir müssen hüpfen. Hüpfen zur anderen Seite. Ja, guck mal. Okay, jetzt nicht mehr hüpfen, jetzt nicht mehr. Oh, 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 oh. Wir schaffen das, wir schaffen das. Oh Gott, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wo vorne ist doch gleich die Brücke. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Halt dich einfach fest, halt dich einfach fest. Ja, super. Warte, warte, ja, ja, noch ein bisschen da vorne jetzt. Ja. Ja, nein. Warte, jetzt müssen wir alle drauf. Okay, warte, warte. Okay, warte. Ja, ich bin da oben. Ja, geil. Ja, nice. Sauber. Wenn du jetzt drüber springst, dann müssten wir jetzt alle neu laden können. Also, da müsste gespeichert werden. Ja, Shaving, ja, uh, geil. Ey, das war ja voll geil. Das war egal. Das war richtig. Da war so ein Vogelniss auf dem Baum. Ja, da war so ein Vogelniss mit bunten Eiern, habt ihr gesehen? Ne, hab ich gesehen. Ne, leider nicht. Cool. Alter, gut. Gute Idee, Pan. Gute Idee. Und jetzt? Yeah, uh. Wollt ihr das eigentlich durchspielen oder mal ein Folgenbruchstil noch mal? Oh, ich weiß gar nicht, wie lange es noch dauert jetzt hier. Oh, scheiße. Soll ich noch Folgenbruchstil machen? Ja, müssen wir eigentlich. Können wir machen, oder? Ich meine, guck mal, ab hier geht es ja jetzt wirklich blind weiter. Das kennen wir ja nicht mehr, ne? Geil. Also, der war für mich auch blind. Nein, Karina war nicht. Da war gar nichts. Ja, dann nächste Folge. Ich bin voll froh, dass wir... Ja, geil. Huch. Da bringe ich mal einen Energiedrink. Alles klar. Vor allem, da kommt ja auch noch eine Map, ne? Danach haben wir ja noch eine neue. Eine Dark Map, eine Horror Map. Freu mich auch. Ist das das erste Spiel, was wir durchgespielt haben mit HWSQ? Ja, wahrscheinlich. Ne? Und das zweite wird wahrscheinlich Generation Zero sein. Boah, ey. Ich freue mich. Ich freue mich nicht zu viel auf den Spielen, leider. Okay. Wooo. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, geil, Curry. Wooo. Ja. Trag mich hier. Ja, bitte. Feels like the wind. Oh. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Bis.